Die Panther, der Eishockey-Club, will endlich in seiner neuen Heimat spielen, im neu umgebauten Kurt-Frenzel-Stadion. Es wird auch schon seit einiger Zeit umgebaut, 2012, soll es dann endlich soweit sein. Aber schon jetzt haben sie gemerkt, dass sie dort eigentlich überhaupt nichts sehen. Mittlerweile wird das Projekt als Schildbürgerstreich bezeichnet. Christoph Nahe ist dem Ganzen auf die Spur. So ein Modell ist eine feine Sache. Man kann träumen, was die Zukunft bringen wird. Im Modell ist es auch nicht so voll wie im Stadion. Da stört kein Vordermann und der freie Blick entzückt sich am treibender Sportler auf der Eisfläche. Die Realität stört er nur, weil der Plan doch ganz was anderes versprochen hat. Also ich kann nicht dazu sagen, ob es in irgendeiner Form Planungsmenge oder Planungsfehler gibt. Naja, die Zuschauer sehen nichts. Offensichtlich gab es einen Planungsfehler. Also die Wahrnehmung der Zuschauer ist natürlich eine subjektive. Ja, aber genau darum geht's doch. Objektivität fällt eben schwer, wenn die entscheidende Frage nicht geklärt ist. Wir nehmen nicht 16 Millionen Euro für ein neues Stadion in die Hand, bei dem sich die Fans dann hinterher zu Recht beklagen darüber, dass sie schlechter sehen als vorher. Optimale Sicht haben diese beiden Herren versprochen und die müssen es wissen. Es sind die Architekten, Oettel und Hermann. Alles kein Problem, sagen sie. 2012 wird alles fertig sein und es wird super. Das zeigt sich jetzt noch nicht und ist jetzt nicht nachvollziehbar, weil wie gesagt die Baustelle noch nicht fertig ist. Es fehlt zum Beispiel auch noch ein wesentliches Element, das ist die Anhebung der Eisbahn, die die Sichtlinien dann nochmal nachträglich auch korrigieren wird. Moment, Anhebung der Eisbahn? Die ist doch gar nicht im Bauplan enthalten und würde über eine Million Euro an Steuergeldern extra kosten. Es würde zumindest erklären, warum eine vier Meter hohe Mauer das Stadion verunstaltet, denn danach wäre sie ja nur noch drei Meter hoch. Die Fans sehen schwarz. Selbst wenn die erhöhte Eisfläche kommen sollte, das Problem ist die geringe Neigung der neuen Tribünen. Es ist schön und gut mit der Erhöhung von der Eisfläche, aber die 90 Zentimeter bringen uns, sage ich mal, nicht sehr viel, weil wir einen Neigungswinkel von 26 Grad haben und benötigen würden wir einen Neigungswinkel Minimum von 30, 31 Grad. Die Fans reagieren. Sie haben als erste festgestellt, dass da etwas nicht stimmen kann. Während andere die Augen verschließen, protestieren die Anhänger auf ihre Weise. Sie wollen nicht blindlinks in eine verstellte Zukunft laufen. Der Verein darf nicht mitreden und ist hilflos. Wenn das Resultat jetzt dieses ist, was wir befürchten, nämlich eingeschränkte Sicht, dann hat keiner was davon. Dann hat man Geld verbaut und es ist weder die Situation der Augsburger Panther und vor allem nicht der Fans in irgendeiner Form zugute gekommen. Es wird auf keinen Fall schlechter. Wir werden mindestens gleichbleibende Sichtverhältnisse bekommen. Gleichbleibend. Das klingt anders als die versprochenen optimalen Sichtverhältnisse. Der Umbau nimmt seinen Lauf. Die Verantwortlichen der Stadt diskutieren hektisch über Nachbesserungen und jeder ahnt, so schön wie das Modell wird es wohl nie werden.